Wie werde ich eigentlich Journalist? Ein Volontariat bei der Mitteldeutschen Zeitung dauert in der Regel zwei Jahre. Bewerben kannst du dich jederzeit, die einzige Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss. Bei uns bekommen Volontäre einen Einblick in alle Redaktionen und Ressorts. Von Aschersleben bis Zeitz, von Sport bis hin zur Kultur. Und zwar multimedial, denn auch unser Fernsehsender TV Halle sowie unsere Layouter und Onliner gehören zu den Ausbildern. Während der Ausbildung arbeitest du nicht nur in der Mitteldeutschen Zeitung. Im ersten Jahr lernst du die handwerklichen Grundlagen an den Journalistenschulen in Berlin, München oder Leipzig. Weitere Kooperationspartner und mögliche Stationen sind die Berliner Zeitung, der Mitteldeutsche Rundfunk und die Deutsche Presseagentur. Einige unserer Volos waren für ihre Recherche auch schon in Israel oder Brüssel unterwegs. Damit du möglichst viel mitnimmst, stellen wir eine enge Betreuung sicher. Zusätzlich veranstalten wir monatliche Treffen, bei denen unsere Volontäre untereinander einen engen Austausch pflegen. Wie finde ich ein Thema? Welche Überschrift funktioniert am besten? Wie finde ich mich in politischen Debatten zurecht? Was sind Trends und wonach bewerte ich Medien? Durch Diskussionen und Übungen erhältst du zu diesen Fragen vertiefende Unterstützung. Nicht zuletzt treffen wir uns auch mal Außerdienst. Das Volontariat wird von dir und deinen verschiedenen Ausbildern professionell evaluiert. So stellen wir Lernerfolge sicher und sorgen für eine dauerhaft hohe Qualität in der Ausbildung. Das haben wir schwarz auf weiß. Für unser crossmediales Jahresprojekt 2016 haben sich die MZ-Nachwuchsjournalisten mit dem Thema Angst überwinden beschäftigt. Für die multimediale Geschichte, ich bin hier nur zu Gast, konnten Leser über Facebook Fragen an einen Geflüchteten aus Syrien stellen. Dafür gab es den zweiten Platz beim Nachwuchsjournalistenpreis Sachsen-Anhalt. Du möchtest genauso deine Leser zu begeistern lernen? Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.